Hi und herzlich willkommen! Ich bin's wieder, euer Exy und heute gibt es, wie schon versprochen, das Fortnite-Video. Und ja, ich hab mir gedacht, was mach ich denn als erstes so für ein Fortnite-Video? Soll ich halt Killround rausbringen? Keine Ahnung, hab ich gedacht. Nee, komm, ich starte mal ganz entspannt. Ich mach einfach jetzt mal ein Spind-Video. Ich werde das Video auch jetzt sehr ungeschnitten hochladen, weil manche gucken es sich an, manche nicht. Müsst ihr euch nicht angucken, wenn ihr es nicht möchtet. Ähm, sehen könnt. Ähm, und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und ja, ähm, äh, ihr könnt auch schon mal gefasst machen, dass morgen wahrscheinlich, oder je nachdem, wann ihr das Video schaut, äh, ein Minecraft, eine Minecraft-Folge kommt. Ähm, da werden dann jetzt auch ein paar mehr, äh, Videos kommen. Zwischendurch auch Fortnite natürlich. Und, ja, ich möchte jetzt einfach ein Video ein bisschen aktiver auf meinem Kanal werden. Äh, deswegen würde ich mich voll freuen, wenn ihr ein Abo da lasst auf dem Kanal und, äh, das Video liked. Und ja, jetzt würde ich sagen, let's go mit dem Video. Ja, äh, wir sehen hier erstmal meine Main-Kombo. Das ist hier dieser Skin. Marnie heißt der ja so. Hier unten steht's. Mit, ähm, äh, den Kauknochen. Dem Siegeskleider von Season 14, glaube ich. Und diesen Runterfallspurt, die ist, glaube ich, aus dem Battle Pass. Ja. Oder wenn ich die nicht nehme, dann nehme ich hier, wo ist die denn? Die hier. Die passt auch. Ja. Ähm, das ist meine Main-Kombo. Aber ich will ja nicht nur meine Main-Kombo zeigen, sondern ich will auch mal meinen ganzen Spinn zeigen. Und deswegen würde ich anfangen hier bei den, ähm, Hintergrundbildern. Ist jetzt nicht so interessant, aber wenn ihr jetzt möchtet, könnt ihr euch das angucken. Wenn nicht, könnt ihr die auch vorspulen. Äh, ja, da habe ich einmal hier die Wolverine. Hat man, glaube ich, durch eine Quest bekommen von, äh, Chapter 2, Season 4. Hier. Dieses, ich mache das ja auch nicht so langsam, äh, äh, langsam jetzt ist. Ja, hier könnt ihr euch mal angucken. Könnt ihr auch Pause machen, wenn es euch interessiert. Das, 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 das. She-Hulk, Storm, ähm, wie heißt das denn? Ich weiß gar nicht. Ja, hier. Dann hier Thor. Aquaman. Trip Scott. Ja, auch nochmal für Trip Scott. Auch nochmal Trip Scott. Dann jetzt von der Season. Äh, Season, äh, Season, Chapter 2, Season 1. Auch Season 1. Season 3. Season 2. Also alles Chapter 2, Spielersidee, Season 10. Also Season 10. Ähm, Chapter 1. Hier Season 3, Season 5. Season 2. Auch Season 2 mit dem Lama. Season 3. Season 1. Season 2. Season 2. Season 2. Season 1. Season 1. Season 2. Season X. Das war noch Season X. Season 5. Season 2. Season 3. Season 1. Season 1. Season 3. Season 1. Äh, Season 1. Season 2. Season 5. Season 2. Season 2. setz'n 3 setz'n 1 75 1peicing 2 7x auch noch 107 16x auch noch 10 Nanos Parken 5 2Siphon 4 742 Season 2, Season X, Season 5, Season 1, Season 1, Season 3, Season 1, Season 1, Season 1, Season 2, Season 2, ja. Und das war's. Ich hab gemerkt, dass ganz schön viele von Chapter 2 Season 1 drin sind, was ich ganz nice find. Und ja, aber sonst eigentlich nichts Spektakuläres da. Ja, ähm, dann hier meine Musik, die hab ich aber eh ausgestellt, deswegen kann ich sie euch jetzt auch nicht einblenden oder so, aber das ist eh nicht so viel. Ja, ich glaub auch, dass es euch gar nicht interessiert. Tarnungen wahrscheinlich auch sehr wenig. Hier, warte, ich mach mal ein... Ne, ich hab jetzt auf alles anwenden gedrückt. Los, ähm... Ja, hier mach ich's mal bei der MP. Ähm, ja, hier nicht spektakulär von Doom. Ähm, dann hier Iron Man aus diesen 4, aus diesen 4 von, ähm, ich weiß gar nicht, wie er halt, Groot war das, glaub ich, ne, Ski Halt. Dann hier jetzt Groot, hier Thor, hier Mystique, hier Wolverine, und hier Storm. Dann hier von Septo 2.1, von dem Gliverskin, äh, 8-Ball oder wie er heißt. Kenne ich nicht, aber die ist auch eine nice Tarnung. Dann, die hab ich auch zu meinem Ding gemacht, zu meinem Skin. Die ist auch eine ganz nice Tarnung, finde ich. Ja, dann die, äh, diese Pinke hier. Eine Weihnachtstarnung, ne, äh, Herbst-Tarnung. Ja, so eine Industrie-Tarnung, was das ist, halt mit so Zahnrädern und so. Dann hier, ja, so Standard. Ja, hier auch irgendeine Neujahr, 2020 war das. Ja, dann hier auch so eine, nicht Spick-to-Claire, auch nicht wirklich, auch nicht wirklich. Nicht wirklich. Hier so eine ganz goldene, die finde ich auch ganz nice. Ja, von, Ding, dieser Katze. Ich weiß nicht, wie sie es nochmal war, warte, war sie es in. War sie es in. Zwei. Dann hier auch so eine rot-schwarze Tarnung. Hier so eine Schneetarnung. Die finde ich auch noch ganz nice, glaube ich, von der Season sogar. Bin ich mir nicht ganz sicher. Die sind fünf, nicht spekulär, auch nicht wirklich. Auch nicht wirklich. Auch nicht wirklich, auch nicht wirklich. Ach, hier so eine grüne. Dann hier die von, ähm, von diesem Store, warte. Ah, nee, wie das Schatten war, das stimmt. Ähm, so eine goldene. Auch so eine goldene. Eine rote, eine blaue, eine goldene oder gelbe. Eine getarnte. Auch nicht spektakulär. Und hier ganz schwarz nämlich auch eigentlich sonst oft. Ja. Dann kommen wir zu unseren Tänzen, wo ich euch auch nicht alle zeigen werde. Sondern nur ein paar natürlich. Da habe ich hier einmal den Vertrave Scott Konzert. Sticker und Sprays müsst ihr euch jetzt nicht angucken. Hier, ähm, euch auch ein bisschen leiser. Ja, da fährt er noch vom Roller. Hier Sprays, Sprays alles. Dann hier das von Dessis. Ah, das stellt sich ja drin. Dann Boogie Down kriegt man, wenn man die 2 veraktiviert. Dann hier diesen Tanz-Emote mit mit so einer Beatbox-Anlage oder sowas. Keine Ahnung. Ja, dann hier, ähm, Jumpstyle, war diesen 2, dieser Midas-Tanz. Dann hier ist diesen 3, diesen Planetentanz. Ja, brauchen wir jetzt auch noch ein bisschen. Dann, ähm, der ist ganz lustig. Mit so einem Lama. Springt der da so rum. Ja. Dann hier, ähm, der Hustl. Ah, keine Ahnung, was das ist. Den finde ich auch ganz nice. Elan. Oder wie der hat er jetzt. Dann hier auch, die 2, wo der mit so einer Floating rum. Dann der ist nice. High Five. Kann man machen mit jemand. Hula Hoop. Den habe ich nämlich auch oft. Das von Dessis. Dann, äh, Katzenlobe. Blaue. Ähm, äh, Luft-Solo. Also heute, ich liebe das so die Fange. Dann, Rauch und Runter. Ja. Schneidende Kugel. Dann hier der Iconic Tans von dem Iconic Skin. Ähm, ja, der, das war eigentlich meine, einer meiner seltensten. Den zeige ich Ihnen mal Tänze. Dann hier, den auch nicht spektakulär. Den habe ich jetzt nicht ganz gezeigt. Ja, das ist halt so, wie so Plavierspielen. Dann in Lache-Mode, kann man auch zu Disrespect nehmen. Dann hier, die anderen brauchen wir uns auch nicht so zu sehen. Ich glaube ich. Dann hier den Sing-Danamo. Den konnte man sich ja kostenlos holen. Dann, äh, aufheuern. Boogie Down, also dumm-di-dum. Äh, was habe ich mit Boogie Down? Dumm-di-dum. Dann hier, ähm, echt heiß. Ja. Ganz nice. Ja, Fingerpistole. Ja, der ist ganz nice. Der, wo er so halt, ein bisschen sauer ist, sage ich jetzt mal. Ähm, Hitzkopf. Äh, der ist halt ein bisschen aggressiv, sage ich jetzt mal. Ähm, ich bin empört. Der ist auch ganz nice. Ja, Tanzhände. Äh, Jubelstimmung. Ja, diesen Kasten in Ruhe. Dann, diese, diese Knallding hat man, glaube ich, bei was ist das? Neujahr? Das geht ganz schön. Dann dieser Handy-Maut, zieht man jetzt gar nicht oben hier. Was der da, da schreibt der Hals zu Zeugs. Dann hier, äh, Lufthorn. Der ist ganz nice auch. Ich sage die ganze Zeit nice. Äh, dieses starke Hals. Ja, Junge, wie es aussieht bei dem mit dem? Warte, jetzt habe ich ausgewählt. Mit seinem großen Mund. Oh mein. Dann hier, dieser Midas-Ton, sage ich jetzt mal. Mit dieser Münze, wo der dann zeigt, was ist. Dann hier die Zahlen, die sind immer auch verschieden. Ja, ja, Respekt. Äh, respektiere den Feind, den Feindlichen oder so. Äh, Rückwärtshalter. Ruf mich an. Dann setze ich hin, habe ich auch schon sehr lange, die sind die klar machen, dass wir Tricks, Trickshots oder sowas nehmen, wenn da jemand auf sich nehmt. Ja, den kann ich immer auswählen. Dann hier halt ganz normal Tee trinken. Äh, Tutut. Der ist von dieser Saisen, wo der diesen Sand nimmt. Oder so, ja. Dann, diese bellige Tee-Pose. Dann, willkommen, diesen Roboter, das war auch noch diesen 10. Ja, dann nochmal die ganz normalen Tanzschritte. Ja, wenn euch die anderen Sachen interessieren, kann ich die auch nochmal kurz durchlaufen lassen. Ja, ist jetzt nicht so spektakulisch, muss man sagen. Dann hier Löhne. Könnt ihr auch weiter, es gibt, wenn ihr möchtet. Ja, hier, zack. Aber ich glaube, das ist nicht wirklich irgendjemand. Deswegen mache ich jetzt einfach so ein paar. Was noch anders, dann vielleicht hier nicht zu snipen. GG's. Kussmund. Richtungswechsel. Wieder, dass es Bumble will. Ja. Okay, dann. Der ist aber bei dem alten Dingskin dabei. Toll. Dann hier GG's vielleicht noch. Erster Platz. Die anderen sind jetzt nicht so spektakulär. Hier, Baby Yoda. Ja, das war es eigentlich so. Ich glaube, nachher wird es eher die Leute interessieren. Dann hier, Runde versporen. Ja, hier haben wir ganz normal Classy. Auch normal, nicht spektakulär. Ja, von Doom's Domain. Wie die Kräfte, sage ich jetzt mal. auch nicht spektakulär. Dann hier die Blitze von Storm. So, ne, Einheitszahnung. Oh, jetzt habe ich die ausgewählt. Blubber. Dann solche Bälle. Suppe, oder was ist das? Buchstaben Suppe. Irgendjemand sowas Blaues. Keine Ahnung, könnt ihr alles vorspüren. Nur für die Leute, die es halt interessiert. Keine Ahnung, was ist Frühstück, Lux, nur das so. Der ist so pink halt. Das ist auch ganz nice. Dann, dieses Blitz, nämlich auch eigentlich manchmal. Popcorn. Ja, total zu Popcorn. Ja, der von der Season, ja. Dann hier, Feuerwerk und so. Und spektakuläres. die ist auch von dieser siehsten. Hier vorhin schon gezeigt. Das mit Herzen. Dann hier von Ghost in Shadow, dieser Koffer, Blitzkopf, der Wasserfall, der Wasserfall, Rittersturz, sowas halt. Und dann halt hier noch sowas mit Fischen. Ja, aber eigentlich auch nicht spektakulär. So, jetzt wird es ein bisschen spektakulärer, meine Kleider. Also, nicht nur, ich habe jetzt keinen riesen Spindel oder so, und deswegen, ja, hier haben wir, das war das, von dem einen Level 100 Skin. Dann, dieses, dann Travel Skin. Ich zeige mal, wie wie bei dem Skin. Dann, ähm, Doom. Dann den, da gab es mehr, ganz viele Varianten, zeige ich jetzt. Dann Iron Man. Ja. Mut. Storm. Warte mal, ich gucke ein bisschen näher. Ja, Star Wars. Star Wars. Star Wars. Den 8-Ball. Skin Deck Leiter. E-Boom, der ist auch ganz nice. Dann Darka, hat jeder seine eigene, nämlich gegen ihn können. Star Wars. hier, auch nicht spektakulär. Und, ja, auch ganz normal, hier auch, von, vorletzer zu sießen. Und dann, so ein Fisch-Ding. Ja, genau, sowas. Ja, auch ganz normal, äh, flässig. Dann hat er 20, hier auch irgendein Weihnachtskleiter. Oh, hab ich jetzt ausgewählt. Äh, dann hier auch Geld, Koffer. Platzenling. überbordelos ist. Das habe ich jetzt in einer Variante, gerade Variante auch schon, gerade abgelehnt. Ja, hier ganz normal, das ist immer vielleicht ein bisschen interessant. Ja, hier sind also ganz normale, die ich eigentlich am öftesten nehme. der Sturmkleider vom Dingsturm. Wie heißt der? Ähm, wo meine Dingsturm irgendwas besiegen musste. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ja, das ist eigentlich gar nicht vertikulär alles. Jetzt wird es schon vertikulär. Jetzt kommen wir nämlich zu meinen, ähm, zu meinen Pickaxes. Und ja, da habe ich schon ein paar, die meiste eigentlich durch Battle Pass. Ja, deswegen werde ich am Ende auch kein, wie viel Geld ich in Vornherein gesteckt habe oder sowas machen, weil, ähm, ich eh das meiste eigentlich durch Battle Pass habe. Manche Sachen habe ich mir gekauft, manche habe ich durch Freunde auch geschenkt bekommen. Und ja, hier, ganz normal, hier, vom Water, Waterman oder so. Dann hier, die ist nice, diese Axt, auch versweatet. Dann hier von Storm, ich wähle die ganze Zeit Sachen aus, von Storm, dieses Ding, Groot, ähm, She-Hulk, Iron Man, Thor, Dooms, äh, Mystique, Clipper, Ding, die gibt's auch, kann man zoppeln machen oder einzeln. Hier bei der genauso. Die habe ich, die Axt habe ich davor genommen, weil ich die hatte. Dann, die, 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 ah ja, hier, Ding, Minty Piggyx. Ja, die, die ist jetzt nicht so praktisch, oder warte, ich mach bei der nochmal den Sound. Und, die mit dem Auge, habe ich mir auch gekauft. Ach, ne, ich verswittet. Ja, auch so hört sich der Sound an. Dann alles Battle Pass, müsst ihr eigentlich nicht sehen. Ist eigentlich unspektakulär. Dann habe ich hier noch Sternstab. Ah, hier, warte jetzt erst noch hier. Startepaket. Ja, Sternstab. Ja. Äh, hier auch, manchmal, hier, Ding, Startepaket, manche, der hier ist kein Startepaket, ist, ja, auch, ne, ganz, ganz okay, Schwitzer Ding. Ich habe eigentlich nur, wenn ich mir was gekauft habe, was verschwitzt ist, sag ich jetzt mal. Golfschläger auch verschwitzt. Ja, der jetzt vielleicht nicht so, aber ich fühle ihn irgendwie. Und hier auch meine Main-Pigaxe. Ja, dann hier die alte, No-Skin-Pigaxe. Habe ich mir auch geholt, die hat auch nichts gekostet. Ja, das war es auch schon mit meinen, ähm, Pigaxes. Jetzt kommen wir zu meinen, Backblinks, wo ich eigentlich keine nehme. Ja, weil ich es einfach nicht so nice finde. Hier, das Schild, passt eigentlich ganz gut mit dem Skin. Ja, hier, Kugel, Mida, es sind auch viele Battle Pass. Scroll einfach mal runter, was ich vielleicht interessieren könnte. Baby Yoda auch, von der Season. Der Pass auch. Wenn ich welche spiele, spiele ich eigentlich welche, die sehr klein sind. Wenn ich überhaupt welche spiele. Skateboard, ja, auch normal. Dann hier, dieses Banner Backblink, das ist auch ganz nice. Viele Aufhörer von Quests. Hier von dem, ich weiß gar nicht, wie der Skin heißt. Es gibt es auch zwei Varianten. Dann hier, das Startepaket, genau, so sieht das. hier von, ähm, Fokus. Starterpaket, von dem, Klix, Skin. Aber das Startepaket, Gechenk, ja auch, der Ding, und hier, Zugestamm. Sonst habe ich eigentlich nichts, wirklich, was spektakulär ist, oder was verschwitzt ist, sage ich jetzt mal, weil ich eh eigentlich keine nehme. Ja, dann kommen wir zu meinen Skins, wo euch wahrscheinlich am meisten interessieren wird. Und, ja, schauen wir mal durch. Ja, hier, Deadpool, ganz normal. Battle Pass, hier, Mandalorian, dieser Maya Skin, den man selber machen konnte. Äh, Black Flash, eigentlich auch, der Schwesterskenn. Schade, dass man nicht mehr ganz weiß und ganz schwarz machen kann. Kann man jetzt auch wieder umtauschen, wenn man nicht mehr wollte. Diese Ritterin, wie schwarze Ritter, nur ein weiblich. Fade Skin, auch hier, hätte es nicht mehr was gewählt. Auch hier Stufe 100 Skin, von Season 1. Ja, auch Stufe 100 Skin. Jetzt auch mehrere Varianten. Midas, auch Stufe 100. Predator, kann man sich auch holen. Aquaman, Doctor Doom, Groot, Jennifer Waters, habe ich in Gold, auch. Mystique, Storm, Thor, Iron Man, Wolverine, 8-Ball, jetzt habe ich hier das gewählt. Agent Banane, Baukumpel, oder wie der heißt, gibt es auch. Viele Varianten. Das ist eigentlich so ein Sparskin, sage ich jetzt mal. Äh, ja, dann Brutus, äh, ja, den Skin, dann hier, Iconic, Äh, Jewels, gibt es auch mehrere Varianten, äh, Kit, Condor, oder wie der heißt, dann hier Weihnachtsskin, äh, Mancake, Lexa, Maeve, Muskelkraut, Ocean, den Skin, Snowman, diese, äh, ähm, Astronautin, Skye, Towskin, Tintina, Glibberskin, Anglerskin, Starterpaketskin, und jetzt hier der erste Schwitzkin, Fokus, ja, ist glaube ich, Letchy Sign Mainskin oder so, oder eine von Letchy Sign Mainskins, auch wieder, äh, hier, Funkelfrost, auch so eine, Battle Passkin hier, auch wieder, äh, Starterpaketskin, ja, dann dieses Tier, Mammut, dann hier auch, hier, der, Motorrad Skin, habe ich auch, einmal als Mainskin gehabt, ja, dann hier, Sirene, also Benjis Mainskin, 5 Euro, Starterpaketskin, Anglerskin wieder, Startpaket, Starterpaket, Klickskin, auch sehr verschwitzt, dann, ja, die ist nicht so verschwitzt, sag ich jetzt mal, Kristallwarmer verschwitzt, ist manchmal auch noch verschwitzt, dann hier mein Mainskin, und dann war es auch schon mit, mein Funnel Skin, ja, ich habe jetzt nicht so einen großen, ähm, ähm, großen Spind, aber ich habe das Video einfach mal jetzt genommen, und ich werde es auch hochladen, wegen, ähm, weil, falls ich dann, äh, später mal, mehr Skins habe, dann kann ich mal wieder einen Vergleich machen, zu damals, bis heute oder sowas, ja, und vielleicht interessiert auch ein paar von euch, ähm, und ja, jetzt nicht wundern, hier wegen meinem Champion, äh, bin wieder, gejobbt auf 2K von 6K, äh, ja, ähm, und, ja, äh, wenn ihr weitere Videos sehen möchtet, auch Fortnite oder was, schreibt in die Kommentare, ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben lassen, den Kanal, den Kanal kostenlos abonnieren, den, äh, die Glocke aktivieren, aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst, und ja, ja, könnt ihr euch nur durchscrollen, ein bisschen, ja, dann will ich sagen, was mit dem Video, und bis bald! und bis bald! und bis bald! Vielen Dank.